Bester Return in diesem Match, aber die Stimmung auf der amerikanischen Seite ist noch nicht so, wie sie wäre, wenn Mejotas Match ausgeglichen gestaltet hätte bislang. Platz bei Nummer 3. Platz bei Nummer 3. Das ist die Art und Weise, wie Boris Becker im Davis Cup 85 spielte. Nach 31 Minuten gewinnt er den ersten Satz mit 6 zu 2.